Herzlich Willkommen zum Podcast Business Boulevard. Mein Name ist Tom Miller, ich bin Diplombankbetriebswirt und wir starten in die News. Es geht los mit BlackRock und zwar BlackRock schockiert die Branche mit Stellenabbau. Die Branche zählt zu den Spätzyklern, würde man behaupten. Sie spürt konjunkturelle Veränderungen, also erst mit einiger Verzögerung. Dabei wird schon seit etwas Längerem die Konsolidisierung der Fondsbranche vorhergesagt, aber erst seit den vergangenen zwei Jahren nimmt sie an Fahrt ab. BlackRock-Präsident Rob Capito hat ein kleines Interview gegeben, wo er gesagt hat, BlackRock ist ein Vorreiter in der Branche, in der sich der Druck auf der Ertragsseite in den nächsten Monaten und Jahren weiter verschärfen wird. Das ist wohl wahr, aber man muss ja fairerweise sagen, sowohl die Digitalisierung der Branche als auch der stärkere Einsatz passiver Fonds als Ersatz für aktives Management beschleunige den Umbau. Und ja, deswegen gehen Experten jetzt von Übernahmen aus, die werden erwartet. Deshalb redet die Fondsbranche in Deutschland nicht mehr nur über Fusion und Übernahmen, sondern setze derzeitige Pläne auch in der Tat um. Infolgedessen orientieren sich diese bereits um. Das ist nun mal so, Wechselkandidaten, die ihre bisherige Karriere im Asset Management verbracht hätten, seien inzwischen offen für artverwandte Segmente bei Versicherungen, Pensionskassen oder Family Offices. Und in Europa spielen die neuen Anlegerregeln, auch Mifed 2 genannt, seit Jahren eine zusätzliche Rolle. Erstmals wird vollständige Kostentransparenz bei Gebühren herrschen. In den Berichten werden die Fondsgesellschaften auflisten, welche direkten und indirekten Gebühren bei Anleger anfallen. Die fixe Kostenquote etwa von Aktienfonds bewegt sich nach Einschätzung von Experten immer zwischen 1,3% und 1,6% und liegt damit um ein Vielfaches höher als bei börsennotierten Indexfonds, also auch bei ETFs. Ja, wir behalten das im Auge. Bitten gespannt, wie es da weitergeht. BlackRock ja bekannt als einer der mächtigsten Finanzgeber der Welt. Dann gibt es von ProSiebenSat.1 eine neue Nachricht. Und zwar, ProSieben stockt die Bewertung auf bei Käuferportal. Käuferportal startet 2019 komplett neu. Seit Anfang Januar heißt die Vermittlungsplattform für Dienstleistungen Around Home. Noch dazu verkauft das Berliner Unternehmen weitere Anteile. Der Altgesellschafter ProSiebenSat.1, der über seine E-Commerce-Tochter NuCom Group beteiligt ist, stockt seine Anteile von bislang 42 auf 94% auf. Die restlichen Anteile gehören dem Mitgründer und CEO Robin Belau. Parallel zum Kauf der Beteiligung habe Around Home auch noch einmal Kapital eingesammelt. Seit das besteht die zumindest im Sprecher. Die Höhe des Investments und die Kaufsummen der Berliner anscheinend nicht. Die aktuelle Finanzierung bewertet die Vermittlungsplattform aber ungefähr mit 140 Millionen Euro. ProSiebenSat.1 hat Ende 2016 in das Berliner Unternehmen investiert und eingekauft. Der Finanzpartner General Atlantic steht zeitgleich ein und hielt bislang 42%. Der Finanzinvestor hat seine Beteiligung im Bezug des Exits gegen weitere Anteile an die NuCom Group getauscht und hält nun 28,4% an der ProSiebenSat.1-Tochter. Die Digitalsparte des Medienkonzerns bündelt Firmen wie Verifox, Parship und Jochen Schweitzer. Around Home war das einzige Portfolio-Unternehmen, an dem ProSiebenSat.1 keine Mehrheit hatte. Das ist jetzt nun geändert worden. Around Home wurde 2008 als Käuferportal von Belau und Mario Kode gegründet. Die Plattform vermittelte lokale Fachfirmen wie Küchen, Treppenlifte und Fenster. Das ist ein, muss man fairerweise sagen, das ist ein Lead-Gen-Modell. Dabei verdient das Unternehmen mit 500 Mitarbeitern an jedem Vertrag, der zwischen dem Partner und dem Kunden abgeschlossen wird. Jährlich würden so Aufträge im Wert von einer Milliarde Euro vergeben werden. Mitgründer Kohle hatte seine Beteiligung ebenfalls verkauft. Der Berliner hat 2017 mit Enpal einen Marktplatz nach ähnlichem Prinzip aufgezogen, der sich auf Solartechnik fokussiert hat. Dann gab es einen Zahlensteck von Horizon. Da habe ich ja schon mal berichtet, dass es neues Investment gab. Bekannte Investoren wie Milano Investment Partners, Project A Ventures, Vorwerk Ventures, Tarsadi Investments und Astuti Ventures haben insgesamt 25 Millionen Euro in Horizon Studios investiert. Das Berliner Smart Luggage Startup, das sind ja also smarte Koffer, die sie herstellen, das 2015 gegründet wurde, vertreibt unter anderem ein Hartschalen-Kabinengepäck mit Fronttasche für Laptop und Co., mit herausnehmbarer Powerbank, mit der sich Smartphones und Tablets unterwegs aufladen lassen. Nach eigenen Angaben konnte die Jungfirma bisher eine sechsstellige Anzahl an Koffern verkaufen. Und ansonsten sind bisher nur wenige Zahlen bekannt. Das Startup hat aber 70 Mitarbeiter beschäftigt. Kurz vor Weihnachten veröffentlicht das Startup aber seinen Jahresabschluss für das Jahr 2017. Und das wollten wir uns angucken. Die kleine Kapitalgesellschaft, die keine Umsatzzahlen veröffentlicht, erwirtschaftete den nach 2017. Ein Jahresfehlbetrag von 6,7 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es rund 3 Millionen. Insgesamt kostete der Aufbau von Horizon seit dem Start im Jahr 2015 bisher 11,4 Millionen Euro. Die Kapitalrücklage betrug dabei Ende 2017 rund 14,7 Millionen. Das aufgenommene Geld war somit damals schon fast weg. Den Weg zur letzten Finanzierungsrunde konnte die Jungfirma, die auch Laptop-Taschen, Kulturbeutel und Hüllen für Reisepässe verkauft, dank Vorwerk-Ventures und Per-Pay-Tail-Ventures stemmen. Diese stellten im Mai und Juni 2018 eine Überbrückungsfinanzierung, Wandel-Darlehen auch genannt, in Höhe von einer Million zur Verfügung. Das frische Kapital aus der aktuellen Finanzierungsrunde, jetzt 10 Millionen, sollen vor allem in die weitere internationale Expansion fließen. 60% des Umsatzes erwirtschaftet Horizon bereits im europäischen Ausland. In Deutschland könnten sie mit dem Verkauf ihrer Koffer schon profitabel sein. Ihr Ziel sei aber weiterhin Wachstum. Ja, mutiges Unterfangen. Horizon Studios bewegt sich damit weiter in einem sehr wettbewerbsstarken Umfeld. Nur Hardcore-Reisende dürften sich alle paar Monate einen neuen Koffer kaufen. Deswegen ist das Event, also der Kauf, immer nur meistens einmalig. Auch das Selling-up für den Kulturbeutel ist extrem schwierig. Die Zielgruppe wird auch nicht größer, wenn man digitale Assistenten drumherum baut. Viele Reisende können schon heute unzählige Tools nutzen, die ihnen die viele Reisereien erleichtern. Horizon Studios sucht aber ganz offensichtlich nach einem Weg, um Sätze abseits der klassischen Verkaufsmarge zu generieren. Dann die in Berlin ansässige Rating-Agentur Scoop meldet den Einstieg mehrerer großer Kapitalanleger. Damit steigen die Aussichten, dass eine ernstzunehmende europäische Alternative zu Moody's und Co. heranwächst. Extrem. Florian Schöller gründet der Rating-Agentur Scoop, hat die Firma gegründet und sitzt in Berlin. Und der Marktführer unter den europäischen Rating-Agenturen, die in Berlin ansässige Scoop Group, kann einen bedeutenden Erfolg melden. Nach Informationen, muss ich mal kurz gucken, wo ich das herhabe, Welt am Sonntag beteiligen sich sieben institutionelle Investoren aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz als Großaktionäre an der Firma. Darunter sind die drei deutschen Versicherer HDI, die Muttergesellschaft Telengs, Signal in Duna sowie die SV Sparkassenversicherung mit dabei. Aus der Schweiz ist die älteste private Versicherungsgesellschaft Mobiliar dabei, aus Luxemburg der Versicherer Foyer sowie die in Wien beheimerte BNC-Beteiligungsmanagement. 35 Millionen Euro an frischem Kapital bringen die neuen Anteilseigner mit. Das Interesse an der Etablierung einer europäischen Rating-Alternative ist, neben den Erwartungen an die Wertentwicklung von Scoop, die wesentliche Motivation der institutionellen Investoren für diesen Einstieg. Platzhirsche sind ausnahmslos, nämlich in den USA. Seit 2013 betreibt Scoop die Etablierung einer europäischen Rating-Agentur als Alternative. In den USA gibt es ja sonst nur die drei großen, Moody's, Standard & Poor's und Fitch. Und die drei amerikanischen Agenturen dominieren mit einem Marktanteil von mehr als 90% die weltweiten Bewertungsgeschäfte. Doch die Scoop Group ist auf Expansionskurs. 2080 hat der Umsatz nach eigenen Angaben, wurde der verdoppelt. Mittlerweile arbeiten 200 Mitarbeiter mit 37 verschiedenen Nationalitäten für das Unternehmen. Und ich glaube, das macht halt auch Sinn, da europaweit eine eigene Rating-Agentur zu gründen. Dann gab es eine coole Nachricht. Und zwar, der erboxte Goldman Sachs aus den schwierigsten Fällen heraus, legte sich mit der US-Regierung an und den schärfsten Staatsanwälten der USA an. Die Rede ist von Greg Palm, Chefjurist und Top-Anwalt. Der hört nämlich jetzt auf. Eine Koryphäe auf seinem Gebiet, wer ihn nicht kennt, gerne mal Wikipedia durchlesen. Also ein unfassbarer Typ. Jetzt nach mehr als 20 Jahren hört der Top-Jurist und Chef-Syndikus der Investmentbank auf, berichtet Bloomberg. Selbst härteste Gegner zollen Greg Palm anerkannten Respekt. Er trat gegen den härtesten Strafverfolger und Ankläger der Wall Street an, nämlich gegen Elliot Spitzer. Er kämpfte gegen einen wütenden Kongress und dämmte Skandale ein, die es zeitweilig bis in die innersten Heiligtümer der Investmentbank Goldman Sachs schafften. Die Rede ist von Gregory Palm. Zwei Jahre, zwei Jahrzehnte lang fochte er als Chefjurist einen Kampf nach dem anderen für die mächtigste Investmentbank auf. Im Alter von 70 Jahren könnte der Top-Jurist in ein paar Wochen nun sein Amt tatsächlich aufgeben. Das hat Bloomberg berichtet. Abtreten wollte Greg Palm wohl schon ein Jahr früher. Doch dann kam mit der Korruptionsaffäre und dem malaysischen Staatsfonds 1MDB wieder mal ein Skandal dazwischen, wo der Top-Jurist für seinen Arbeitgeber war, wieder mal die Kohlen aus dem Feuer holen musste. Jetzt, wo die Goldmänner das Gröbste hinter sich glauben, wagt Palm den Absprung. Goldmans Last Million Shareman, so betitelt man ihn. Palm dürfte damit als einer der reichsten Anwälte des Landes in Rente gehen und als einer der reichsten Mitarbeiter einer internationalen Investmentbank überhaupt. Denn in seiner gut zwei Jahrzehnte während der Tätigkeit soll Goldman Sachs ihm insgesamt Stopp warten rund 500 Millionen Dollar überwiesen haben. 500 Millionen für 20 Jahre Arbeit. Damit nicht genug. Nach dem Abgang von Vorstandschef Lloyd Blankenfeld gilt Palm als Goldman Last Million Shareman. Anders formuliert, mit einer Million Aktien der Investmentbank verfügt kein Mitarbeiter von Goldman Sachs über so viele Papiere des eigenen Hauses wie der Top-Jurist und wird wohl auch niemals so viele ansammeln. Denn mit Palm, der bereits vor dem Börsengang von 1999 als Partner bei Goldman Sachs geworden war, geht einer der letzten Vertreter der Alterskohorte aus dem Unternehmen. Die Aktie von Goldman Sachs notierte am Mittwoch bei rund 176 Dollar. Ein Sprecher von Goldman Sachs lehnte laut Bloomberg einen Kommentar dazu ab. Gleich auf welcher Seite sie standen. Von seinen Wegbegleitern erntete Palm vor allem Respekt. Viele Leute, die das tun, was er getan hat, wären vor langer Zeit ausgebrannt. Das sagte zum Beispiel Stephen Cutler, der neun Jahre lang als Chef-Syndikus bei JP Morgan arbeitete. Der ehemalige New Yorker Generalstaatsanwalt Elliot Spitzer sagt, ich bin nicht sicher, ob wir ein Problem jemals vollständig gelöst haben, aber wir hatten immer eine kollegiale Beziehung. Ex-Goldman-Chef Hank Paulson und spätere US-Finanzminister erklärte gegenüber Bloomberg, ich habe mich sehr auf seinen Rat und sein Urteil verlassen. Palm wuchs in einer ländlichen Stadt am Schengago River im US-Bundesstaat New York auf. Er war Stipendiat des Massachusetts Institute of Technology, wo er Wirtschaft, Physik und Mathematik studierte, sozusagen zum Warenlaufen für das Jurastudium an der Elite-Universität in Harvard. Über die Stagnation bei einem prominenten Berufsrichter gelangte Palm zu Sullivan in Cornwall, einer Kanzlei, die zahlreiche Häuser der Wall Street zu ihren Kunden zählte. Von hier aus wechselte der Jurist 1992 zu Goldman Sachs. Zu jener Zeit ein ungewöhnlicher Schritt, verließen sich Wall Street Häuser doch vor allem auf die externen Rechtsexpertisen und seitdem der eigene Anstieg. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge mal wieder Spaß gemacht. Wir sind bei 13 Minuten. Ich würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Wie immer unsere drei Faktoren. Bitte hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Bitte schreib mir deine Kritik an tom.illauer.gmx.de und connecte dich gerne mit mir auf Zing oder LinkedIn. Ich wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag. Bis morgen, dein Tom.